Nimm jetzt an diesem Gratis-Webinar teil. Das hast du garantiert schon mal gehört. Glaub mir, mit dieser Strategie kannst du Millionen machen und ich zeig dir wie. Ich kann dir sagen, das ist alles nur Marketing. Niemand hat das zu verschenken und da steckt eine klare Strategie dahinter. Man spricht hier von Sales-Funnel. Wann immer jemand was Gratis online anbietet, ist in der Regel dahinter eine Reihe von Produkten, die etwas kosten. Das heißt, der erste Kurs ist gratis und die Folgekurse kosten Geld. Aber wenn du so etwas auch machst, nutzt das Gratis-Produkt nicht dafür, um einfach sinnlos E-Mail-Adressen und Adressen einzusammeln. Du musst Mehrwert liefern. Liefert deinen Nutzer Mehrwert, indem du beispielsweise im ersten Kurs schon wirklich mega gute Informationen raushaust, auch wenn es for free ist. Dadurch kannst du deine User super von dir überzeugen und dass du dann in der Folge auch mehr Produkte verkaufst. Nutze solche Gratis-Schnupper-Angebote, um die Leute von deinem Knowledge und deinem Produkt zu überzeugen, aber niemals, um ihnen scheiße zu verkaufen. Mehr davon am Marketing Monday. Knowledge und deinemark. Wir collaborating mit